Die unterschiedliche Form und Qualität der eingehenden Prämienrechnungen zwingen den Broker, praktisch Rechnung für Rechnung separat zu bearbeiten, um schließlich dem Kunden ein einheitliches Ergebnis liefern zu können. Anders mit dem Prozess Billing von OneBroker. Dieser verarbeitet Rechnungen ungeachtet von Form und Qualität in einem einzigen, automatisierten Kontrollprozess. Wie geht das? Die Rechnungen werden durch OneBroker auf Vollständigkeit überprüft und danach mit dem erwarteten Rechnungsbetrag verglichen. Korrekte Rechnungen werden somit medienbruchfrei dem Kunden zugeschickt. OneBroker wird unvollständige Rechnungen finden. Sie können diese zentral vervollständigen und der Prozess übernimmt wieder, bis zum Versand an die Kunden. Gänzlich falsche Rechnungen werden dem Versicherer als fehlerhaft gemeldet. Auch auf Rechnungen mit unerwartetem Prämienbetrag wird OneBroker Sie aufmerksam machen. Sie entscheiden, ob diese trotzdem dem Kunden zugestellt werden oder zurück an den Versicherer gehen. Sie sehen, anstatt 100 Rechnungen unterschiedlich zu verarbeiten, konzentrieren Sie sich auf die wenigen mit Fehlern. Den restlichen Aufwand können Sie sich mit OneBroker sparen.